Einen wunderschönen Montag und herzlich willkommen zu einer Watt. Die Sims 4 mit der WG-Freunde. Mit den WG-Freunden, ja. In der letzten Folge gab es ein bisschen Stau vor dem Badezimmer. Ähm, ja. Gut, du... Sehr beschämt, peinlich berührt. Wegen Verletzung der Privatsphäre. Du hast etwas gesehen, was du niemals sehen solltest. Äh, ja. Gut. Kannst du mal Reste essen. Wie lange brauchst du noch auf Klo? Du brauchst jetzt nicht mehr am Handy spielen. Auf Klo doch nicht. So. Kannst du duschen gehen. In der letzten Folge war er auch unten auf dem Laufband. Ähm, ja. WG-Freunde. So. Ähm... Mit Tobias plaudert. Oh. Sie müsste dann gleich mal drin in den Pieseln gehen. Kannst du das mal machen. Ähm... Oh, nicht. Ist Nico schneller fertig, als du losgehst. Und so. Wie geht's dir? Du bist kokett. Warum? Oh nein. Ja, geh Pieseln. Du gehst bitte raus. Dir geht's einfach ganz gut, ne? Du in deinem Sexy-Dress. So, ähm... Peinlich beschämt. Äh, kann ich aber in dem Moment rausstehen. Oh, ich hab die Musik vergessen auszumachen. Du kannst trainieren, wenn du gleich... Kannst du hier mixen, Uwe. Äh... Du lernst reden. Äh, Samen kaufen. So. Früchte. Wir holen mal hier ein paar Früchte. Davon zwei. Und... Davon zwei. Ach, wir holen jetzt mal von jedem zwei. Da hinten ist ja noch jede Menge... Oh, obala. Platz. Da könnten wir, bevor du das kaufst... Komm. Dann packen wir den Vogelbart mal... Mal, 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 mal. Genau da her. Dann packen wir das da rüber. Die WG hat gerade 153.000 Simboleons. Und... Die sollen jetzt nicht arbeiten gehen. Wir brauchen noch die großen hier. Dann packen wir auch mal da eins. Und... Mal da hin. So. Dann können wir ein bisschen was pflänzen. Um zu aufhören. Hast du Samen gekauft? Wenn... Ja, hast du... Ähm... Früchte. Samenpaket öffnen. So. Wir haben... Einen Apfel. Den pflanzen wir da. So. Eine Traube. Bananen haben wir jetzt leider nicht. Ach. Was haben wir denn noch hier? Gemüse für einsteiger. Kannst du auch mal öffnen. So. Was haben wir jetzt? Spinat. Karotten. Haben wir noch? Blumen. Kräuter. Früchte. Früchte haben wir. Machen wir noch ein paar Blümchen. Das mal auch öffnen. Was haben wir denn da bekommen? Gänseblümchen. Kraut. Okay. Ähm. Wir werden dann hier einmal den... Oh. Spinatpflanzen. Und dann einmal die... Karotten. Wo hatten wir? Nur drei? Egal. Dann hör mal auf. Dann... Kümmere dich mal. Nee, du sollst... So. Pflanzen. Dann hoffentlich auch alles. Sonst habe ich dann nämlich gerade alles umsonst gemacht. So. Was ist los bei dir hier unten? Was möchtest du machen? Nein, 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 nein. Dreh dir immer schon weiter. Du hast gleich Level 1, glaube ich erreicht, ne, mein Freund. Oder welches Level bist du schon bei deinem... Ach, du hast ja schon Level 2 erreicht. Das ist ja toll. So. Was machst du? Du bist ein PC, ne? Du brauchst eins mal gar nicht. Sie in ihrem Chefsessel. Wir haben jetzt nur eine Uhr. Kannst du eigentlich mal duschen? Komm. Fräulein, geh mal duschen. Dann sind nämlich gerade alle, was am machen. Machen das jetzt mal so. Die Aura aktivieren. So, hast du... Genau. Das... So ist gut. Unsere kleine Gärtnerin, die liebe Kati. Genau. Kati Summer. Wenn es ein bisschen leckig ist, dann kann ich da leider nichts für. Machst du jetzt? Problem... Neu... Ja, Gott. Du bist... Immer noch hier unten, ne? Mach mal hier ein bisschen schneller. Ich mach mir wieder ein bisschen leiser. Ja, du kannst eigentlich mal schwimmen gehen. Huch. Äh... Rundenschwimmen. Mach das mal. Du wirst hier gerade nichts zu tun, ne? Du solltest eigentlich auch mal aufhören. Äh... Aufräumen. Du liest ein Buch. Und du bist ja auch noch am trainieren, ne? Ja. Äh... Ja, okay. Warum habe ich hier fremde Leute? Nachbar. Dominik Braun. Wer ist das? Bella Grusel. Wenn... Wenn der Typ hier ist Mortimer Grusel. Ja, habe ich mir gedacht. Hä? Was machen die hier? Warum sind die hier? Hallo? Ich habe keine Benachrichtigung bekommen, oder? Doch. Willkommen in der Nachbarschaft. Und wer bist du? Ich habe gefragt, wer du bist. Mareike Braun. Oh, ja. Du bist so klein, Vadish. Oh, ich hatte das mal ganz einfach hier. Oh, sieht die Musik aus? Sieht man den eigentlich schwimmen? Ne, ne? Bäh. Ne, sieht man nicht. Da ist keiner drin. Ja, hallo. Was machen sie in meinem Haus? Geh dich mal hier freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. So, mein lieber Freund. Du wirst schwimmen. Finde ich gut, dass du dich mal ein bisschen anstrengst. Äh... Bist du fertig mit aufräumen? In Foren provozieren. Ja, läuft. Du kannst eigentlich mal aufhören. Dann kannst du noch was kochen. Äh, was kannst du denn machen? Ähm, Rühre mit Speck. Macaroni mit Täse. Mach das mal. Ähm... Partygröße. Du begrüßt die Leute. Du kannst mal aufhören. Und mal duschen gehen. Ja, ähm... Wie schon gesagt, in der letzten Folge ist nichts Spannendes passiert. Wird in dieser Folge, glaube ich, auch nichts. Die WG lebt ihr WG-Leben. Und, ähm... Joa. Joa. Und schwimme. Schwimme deine Runden. Du bist da. Was? Level 2. Gut. Wo geht ihr hin? Darf ich jetzt auch gerne wissen, wo ihr hingeht? Ich glaube, ihr geht nach oben, ne? Wetten, weil, äh... Jasmin gerade, äh... Essen gemacht hat. Kannst du aufhören, an den PC zu gehen? Ja, das habe ich mir doch gedacht. Die bedient sich an meinem Kühlschrank. Sie bedient sich einfach. Wie unverschämt ist das denn? Ich gehe auch nicht zu anderen Leuten und bediene mich. Das sollte sie eigentlich gerade auch freuen. Aber auch egal. So. Du machst den Garten. Bin ich aber nett von dir da. Du den Garten machst. Nico ist immer noch im schönen Becken, oder ist er schon ertrunken? Bloß nicht. So. Das hier unten erinnert mich gerade ein wenig. Du bist du schon mein lieber Tobias. Kokett. Ausflirten eingestellt. Hm. Kannst du das mal, äh... Vegetarische Würstchen essen. Warum vegetarisch? Was wolltest du machen? Wolltest du mit ihr reden? Hättest du doch machen können. Ach ne. Ging ja nicht. Ich hab dich ja abgehalten vom Reden. Was machst du? Ah. Du holst ja was zu... Wodern und wo hingehst du? Was möchtest du machen? Tanzen. Ja. Läuft. Gott. Niko, bist du noch da? Lebst du noch? Dann komm mal raus. Hier hingehen. Kleines dickes Monster hier. Kannst du dich mal mit ihr unterhalten, freundschaftlich, kennenlernen. Oder mit ihm kannst du dich ja auch mal unterhalten. Das soll ich schon auf romantisch gehen. Ach. Also die Nachbarn wieder alle weg. Scheint so. Oder? Ja. Okay, ich hab nix gesagt. Erwachsene. Oh, Groovy. Kann ich mal gut tanzen? Guck mal, ich bin im Pool und guck dir zu. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wohin du gehst? Darf ich mitkommen? Was möchtest du machen? Ein Gericht nehmen. Oh. Das kannst du von mir aus tun. Ja, hallo. Oh, die sind sich schön am Unterhalten. Finde ich cool. So, meine Freunde. Ich würde sagen, das war es wieder von dieser Folge. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play. Bei die 100 Baby Challenge. Bis dahin. Euer Flo. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.